hallo ich bin barbara kova ich bin performance künstlerin aus berlin und ich plane eine performance zum thema gehirn beziehungsweise bewusstsein genauer berechnendes bewusstsein das ultimative berechnende bewusstsein ist ja eigentlich der computer ja ich liebe es wenn sich an dieser stelle widerspruch regt denn was bezeichnen wir im allgemeinen als bewusstsein doch noch etwas anderes als das verfolgen eines roten fadens kausalität das zuordnen und spinnen von gedanken netzen ordnen umwickelt wird also der ist ja in sich vergleichen die meisten fehlen wenn du einen faden spielst alles was eher frech ist oder auch impulsiv emotional freude trauer und alles was er geschmecklerisch ist empfinden wir im allgemeinen als unbewusst beziehungsweise unterbewusst all dieses versuche ich während der performance zu unterlassen ich werde während der ganzen performance nur zahlen sprechen zählen und ich werde die galerie nicht verlassen diese performance wird 24 stunden lang gestreamt werden und zwar 42 tage lang sprich sechs wochen und die performance wird heißen dem berechnenden bewusstsein kann man nicht trauen aber wer weiß vielleicht traut ihr mir ja doch